Hallo und herzlich willkommen zurück YouTube bei einer neuen Aufnahmesession Green Hell. Natürlich wieder live auf Twitch. Die letzte Folge kam bei euch gestern raus und daher wird es mir wieder Zeit. Ich würde mir wahnsinnig gerne hier Essen reinpacken, aber ich kann glaube ich nicht... Mhhm... So ein bisschen würde gehen. Die sind weg, die kann ich machen. Weil wir brauchen ganz dringend Proteine. Und Proteine gibt es natürlich... ...aus Fleisch. Weg machen bitte. Und ich brauche ganz dringend mal hier die Egelkontrolle. So, das war's. Mia brauche ich nicht anrufen. Okay, das sind wenig große Stöcke. Hier sind noch genug weg. Aber dankeschön. Ich würde ja einmal Gluten machen wollen. Feuerbrett. Höh? Feuerbrett? Handbohrer. Nutzen. Ist das eigentlich ein Bug? Glaube ich nicht sein. Und... Habe ich hier noch was Trockenes? Ja, trockene Blätter. Funktionier bitte. Funktionier bitte. Danke. So. Dann braten wir noch mal hier einen Storch. Hahaha. Sammeln. So, einmal hier gebraten. Immer sammeln. Oh, hier ist auch noch eine Maus. Lecker. Mäusefleisch geht immer. So. So. Unsere Aufgabe ist, dieses Mal weiter da lang zu gehen, über diese ganzen Sachen hier. Ich würde aber tatsächlich erst einmal warten wollen, bis wieder Tag wird. Ich bin nicht so der Mensch, der gerne durch die Nacht wandert. Wir kochen jetzt hier das Fleisch ab. Dann machen wir das so. Nähe zum Feuer. Meierke heißt die Gesundheit. Die brauchen wir auch leider ganz dringend. Ich hoffe, das läuft jetzt halbwegs auf Twitch. Gerade bricht mir die KBS wieder so ein bisschen ein. Jetzt ist sie wieder konstant. Ähm... Weiß nicht, was heute los ist. Mein PC hat mich heute leider nicht gern. Hast du kein Fleisch haben? Dankeschön. Irgendwo hier ist ein Bananenstrauch. Weiß aber nicht wo. Ich bin da vorhin zufällig reingelaufen, beim ersten Aufnahmeversuch. Ich finde den glaube ich nicht mehr. Und jetzt einmal hier mir lecker Mäusefleisch reinpfeifen. Und Arafleisch. So. Alter, gibt das wenig. Shit. Und dann gehen wir... Also schlafen wir gleich nochmal und gehen dann los. Weiß leider nicht, wie abkochen geht. Den Topf noch. Den Topf hatte ich irgendwo liegen lassen. Naja. So. Schlafen. Einmal durch bis zum nächsten Morgen, please. Und zwei Uhr ist nicht bis zum nächsten Morgen, aber okay. Ich schlafe jetzt einmal durch, dann essen wir ein bisschen was. Dann schlafen wir weiter. So. Ja, essen. Zuckernfleisch. So. Weiter schlafen. Bis sieben Uhr ungefähr. Dann trinken wir unten was und laufen los. Naja, du kriegst jetzt ja was. Ich will da ne Nuggets, Bruder. Wo ist hier die... Kannst du hier was trinken gehen? Und ich krieg's keine Würmer. Sehr gut. Stell dir nicht so an, nee. Boah. Wasser ist wahrscheinlich saubere als das, was bei euch in Amerika im Hahn rumeiert. Hier war die Banane. Vielleicht kann sie nicht essen. Mach' noch nicht. So nehmen? Ja, so geht's. Würde ich's ja tatsächlich auch essen. Ziemlich eine Menge Proteine. Ähm. Fett... Fette? Polyhydrate, oder? Nee. Ich hab' keine Ahnung. Kann ich speichern hier an dem Ding? Ja. Machen wir das nochmal. Und... Wir gehen los. Sollte hier nicht rennen. Nicht, dass ich auf meinen Freund treffe. Ich weiß, dass wir irgendwo hier rüber gehen müssen. Wenn er hier drauf springen würde, wird das vielleicht auch funktionieren. Gehen wir rüber. Inseln wieder angespannt bin, weil ich auf meinen... ...meinen Freund warte. Auf Puma oder Jaguar. Nein. Wolltest du bitte einfach da hochlaufen. Danke. Hier ist gerade aber ein kleines Fluss, ne? Weiß aber nicht, aber welch... Sind hier rum. Da müssten wir eigentlich hier sein. Oder hier. Hier hochgelatscht, kann das sein? Nee, das macht keinen Sinn. Hier ist ein Fluss. Ein Fluss, Fluss. Ein Fluss, Fluss haben wir nur hier. Sind doch aber nicht hier, oder? Keine Ahnung, wo wir sind. Hab' ich absolut no plan, wo ich bin. Wir werden ein paar Echsen hier rumzischeln. Hier hochgehen. Hm. Oh, Korkosnässe. Das ist doch gut. Soll wir, glaube ich, nicht mitnehmen, ne? Jedoch können wir wahrscheinlich. So. Da hat zwei runtergefallen, oder nicht? Egal. Alles mitnehmen, was geht. Ein bisschen davon schon mal essen. Was Grün gibt. Das dauert zumindest Energie. Also trotzdem. Trinken wir. Dann sammeln wir die. Und essen die. Das sind nämlich... Grüne. Frittisch brauchen wir jetzt wieder Fleisch. Geh doch da rüber! Scheiße. Ich hab hier nicht aufhören sollen. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Gut. Das ist noch besser. Ah, da können wir ein Verband draus machen. Moment. Sehr schön. Erstellen. Drei Stück. Immer wieder gut. Ein Blättchenverband. Und noch ein Blättchenverband. Sehr gut. Hm, okay. Könnte hier sein. Ne, das macht keinen Sinn. Kann nicht da sein. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber wir sind nicht mehr auf der Karte. Wollte ich nicht einfach runterspringen? Ein Egel. Und am Bein, oder? Ja, sag ich doch. Weg mit euch. Und die gehen wir immer mit ein. Wollte ich jetzt zurückgehen? Hier oben ist ja offenbar nichts. Aber wir kamen doch von hier, oder nicht? Also von unten. Essen. Hallo Capybara. Keine Sorge, ich lasse dich in Ruhe. Da oben ein Papagei. Sehe ich das richtig? Ja. Nehme ich doch mal mit. Ein Tapio, oder? Das ist kein Capybara. Ah. Geht, dann ist die Frage, wo muss ich lang? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir hier nur über wollten. Hm. Wir sind, glaube ich, hier irgendwo. Mal gucken. Hallo Echse. Keine Sorge, ich will dich nicht. Also, hier scheint nichts zu sein. Von da kamen wir, dann müssen wir da lang. Gucken wir mal. So. Schön, dass hier ein See ist. Sind wir vorher noch nicht da, anders. Erst wenn es regnet. So, cool. Hier waren wir. Boah, ey. Ich erwarte schon wieder die ganze Zeit den Kackpuma. Hier ist eine Höhle. Gucken wir mal, Karte neuer Ort. Hier, das ist einfach nur für Eisen. Alles klar. Haben wir das irgendwo eingezeichnet? Hier, oder? Hier sind wir. Das heißt, ich war... Nee, das macht keinen Sinn. Nein, das kann nicht sein. Hm. Nee, das ist die neue Karte. Äh, hier sind wir durchgetaucht, dann kamen wir hier raus. Nein, das macht keinen Sinn. Wir haben hier nirgendwo einen Fluss, außer hier. Nö, ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ich laufe jetzt einfach random hier rum. Bis ich irgendeinen Anhaltspunkt finde. Oh, mach, scheiße, ich hab die Ameis nicht zu spät erkannt. Wo war Ameis? Hier kamen wir her. Definitiv, hier kamen wir her. Hier kamen wir letzte Folge her und haben beschlossen, dass wir darüber müssen. Ganz sicher. Kann ich nicht wieder reinlaufen? Hundertprozentig war das unser Outcome. Ich will jetzt mal, ob ich einfach ganz frech hier reinschwimmen kann. Ah, einen Ausschlag bekommen? Okay, das ist nicht so schlimm. So. Du needst nicht to rest. Hält dich nicht so an, Junge. So, guck mal. Du springst jetzt hier hoch. Guckst mal, ob du hier weiterkommst. Irgendwo musst du hier weiterkommen. Hier ist sonst nichts. Der Ausschlag ist nicht so schlimm. Vor dem Ausschlag stirbt man nicht. So. So. In Tropen wahrscheinlich schon. Aber hier nicht. So. Und die Parasiteria ist sehr cool. War das Knurren? Nein. Ich glaube nicht. Jetzt los. Ach, der ist überladen, ne? Ja. Okay. Dann sammeln wir mal kurz. Noch nicht. Oh nein. Ich bin schon in den Kaffee. Ich weiß zwar nicht, ob ich ihn jemals brauche, aber wenn ich ihn brauche, will ich ihn noch haben. Dann haben wir noch einen Goldbeutel, da wiegt aber glaube ich nichts. Obsidian kann weg. Ameisen kann weg. Feuerbrett hier kann mal weg. Ich sage, wo lege ich das hier noch zwischen? Scheint nämlich nirgendwo. Mal die Nüsse. Vielleicht irgendwo ausruhen. Es muss irgendwo hier weitergehen. Oh, Nüsse. Definitiv. Es muss. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo muss. Gehen wir hier rüber. Dann rufen wir uns ganz schnell aus. Geht das nun mal? C. Schlaf. Rönnen auf dem Boden im Dschungel schlafen. Immer wieder beste Idee. So. Und ich habe einen Wurm bekommen. Geil. Wo denn? Da. Nur einen? Nur einer? Wäre geil. Nur noch eine Fischnadel. Ja, nur einer. Den holen wir jetzt da raus. Zack. Mach einen Verband drüber. Dann geht das wieder. Ganz einfach. So, spiel. Sag mir mal, wo ich hier weiterkomme. Wo ich so spiele, ich weiß, dass ich hier weiterkomme. Geht gar nicht anders. Gar nicht. Hm. Okay. Hier auf der Seite sehe ich nicht wirklich was. Auf der anderen Seite gucken. Da was ist? Bin mir relativ sicher, dass da auch nichts war. Guck. Nee. Da ist auch nichts. Da kommen wir auch nicht weiter. Guck. 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 Okay. Sind wir hier falsch? Guck. 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 Das ist doch einfach alles durchziehen sollen. Hier ein bisschen gucken. Da liegt noch eine Kokosnuss. trinken, sammeln und essen. Muss ich mir jetzt nicht anlachen. B ist nichts. Was können wir noch essen? Das ist gut. Ein bisschen Hydration und so. Hier geht es halt nur wieder runter, ja? Ja, du kannst ja gleich resten. Jetzt sind wir wieder hier unten. Jetzt kannst du auf die andere Seite von dem Fluss gehen. Da ist dein Lager. Da kannst du doch schlafen, Bruder. Weiß ich trotzdem immer noch nicht, wie wir... Nein, jetzt rutscht er. Warum? Ich glaube, der hat es auch nicht mehr hier rauf, doch. So. Runter. Nicht runterfallen hier. So. Lager müsste da oben sein. Ich will da nochmal schlafen. Ja, da ist es. Dann muss ich aber noch da... Ich kam von da, dann muss ich da noch da. Sonst jetzt echt nicht mehr, wo ich lang müsste. So, erstmal durchschlafen. Und sowieso nichts anderes tun. Dann halt direkt nochmal durchschlafen. Nein, bloß nicht speichern jetzt. Ganz doofe Stelle zu speichern. Und sieben. So, dann einmal Frühstück. Banane. Nüsse. Die halten noch acht Stunden. Essen wir die mal. Wir halten noch fünf Stunden. Soßenfleisch. Zack. Sollte es dem eigentlich ganz okay gehen. Jetzt mal hier lang zurück. Mal was hier so ist. Auf jeden Fall noch mehr Nüsse. Maden. Roter Tuka. Sammeln wir mal. Fleisch kann man immer brauchen. Tier. Auch nur Green Hell. Da unten müssen wir glaube ich runter. Das ist glaube ich der See. Ja, von hier kamen wir her. Bin ich relativ sicher. Doch, hier kamen wir raus. Das heißt, wir sind jetzt hier. Hier aus dem kamen wir raus. Dann gucken wir gerade hier hin. Hier hin. Und. Ja. Hm. Frage ist, wie kommen wir da weg? Das ist die Frage der Fragen. Wie kommen wir hier von hier aus da hin? Ich habe gerade richtig gesehen, dass das einfach direkt hier unten alles wieder ist. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich bin mir sogar sehr sicher. Karte, neuer Ort. Ja. Hier sind wir jetzt. Und wir seilen uns einmal ab. Es kann so einfach sein. So. Dann rutschen wir jetzt hier runter. Oder laufen. In jedem anderen Spiel wäre das jetzt direkt, wo man nicht mehr zurückkommt. So. Sind wir hier irgendwo? Na, Egel. Ah, Quark hier nicht so rum. Ja. Ich bin mal noch was. Was hab ich denn immer noch? Noch? Oh mein Gott, wie viele Egel hat der denn? So viele hat er ja schon lange nicht. Hm? Essen? Hm? Essen? Geil. Ja, wir sind da. Wir sind unten an dem an dem großen See. Oder Meer oder was auch immer das hier sein soll. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir bei unten ein bisschen erkunden, was hier los ist. Dank mir fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin da. Tschüss. Boẻ.